So, jetzt darf uns der Lenny noch was zu unserer süßen Mutti sagen hier. Ja, sie wird ein wirklich super süßes Pferdchen. Ein bisschen kleiner, aber fein. Genau. Ich finde, man könnte sie auch dekorativ schön ins Wohnzimmer stellen. Ich habe wirklich noch nie in meinem ganzen Leben so ein wunderschönes, süßes, wo vor allem normal sind sie dann halt klein und überbaut und untersetzt und der Rücken ist dann nicht so tragfähig. Sie hat wirklich einen schönen Hals, ein gutes Gebäude. Sie steht ordentlich da. Sie deckt trotzdem gut ab, auch wenn sie nicht allzu groß ist. Sie hat eine schöne Fülle, finde ich, auch. Man sitzt gut auf ihr drauf. Sie hat 1,70m, deckt die Locher. 1,70m, genau. Du bist ja auch 1,85m. Ach so. Also sie deckt auch 1,85m ab. Gut, das muss jetzt natürlich nicht unbedingt sein, aber letztendlich ist es ein tolles, liebes Pferd, wirklich, die mit so ein bisschen weiterer Ausbildung, glaube ich, alles macht. Gibt es, glaube ich. Dann könnt ihr mir gerne auch ein Feedback geben, wie ihr das jetzt mal fandet. So ein anderes Einblick hinter die Kulissen. Wie gesagt, es ist hier nichts gestellt. Das habe ich auch nicht nötig. Der Lenny war nicht schon vor acht Jahren da und hat das alles probiert, sondern das war heute eine live Spontanaktion. Er wollte heute zum Training kommen. Ich habe gesagt, wir reiten ein bisschen Pferde. Wir machen das zusammen. Du probierst aus, kriegst darüber natürlich wieder Input, auch über die Techniken, über die Reitweisen. Und es gibt nichts Besseres. So lernt man es einfach auch. Und so habe ich Gott sei Dank auch reiten gelernt. Vom einen Pferd absteigen, aufs nächste aufsteigen. Ach Gott, schau, sie will schon mit ihr nach Hause. Dass man einfach sagt, die Pferde sollen, ich finde das Wort immer ein bisschen hart, funktionieren. Kein Pferd funktioniert, wir funktionieren auch nicht. Aber, dass ich einfach sagen kann, nimm und reite. Und klar, ob sie jetzt an dem Tag einen guten Tag haben oder nicht, das kann ich auch nicht beeinflussen. Aber ich kann auf jeden Fall guten Gewissen sagen, nimm es mit heim. Genau. Gut. Ach süß. Schau, Lenni, du musstest den Kofferraum mit einpacken. So ist sie halt. Süß, lieb, auch sehr menschenzugewandt, aber trotzdem jetzt nicht rotzend frech. Man kann zu ihr auch sagen, komm, jetzt langt es wieder. Aber sie ist wirklich, wie man sieht, ein Schatz. Wirklich ein goldiges, süßes Pony. Jawohl. Gut. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Bis zum nächsten Mal und bis bald.